Was ist die Welt? Von Hugo von Hofmannsthal Was ist die Welt? Ein ewiges Gedicht, daraus der Geist der Gottheit strahlt und glüht, daraus der Wein der Weisheit schäumt und sprüht, daraus der Laut der Liebe zu uns spricht und jedes Menschen wechselndes Gemüt. Ein Strahl ist's, der aus dieser Sonne bricht, ein Vers, der sich an tausend andere pflicht, der unbemerkt verhallt, verlischt, verblüht. Und doch auch eine Welt für sich allein, voll süß geheimer, nie vernonner Töne, begabt mit eigener, unentweiter Schöne und keines anderen Nachhall, Widerschein. Und wenn du gar zu lesen drin verstündest, ein Buch, das du im Leben nicht ergründest.